Ach Muschi, ach Puschi, ach Muschi, Puschi, du, du, du. Täglich braucht der Fridolin eine Flasche Brillantin. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Und er wartet stundenlang im Gewitter auf der Bank. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Die Liebe macht ihn blind, ach wie dumm wir Männer sind. Und jetzt quatscht er wie ein Kind, nur Muschi, Puschi, du, du, du. Er wird jeden Tag massiert und ist immer frisch rasiert. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Er hat viel zu enge Schuhe und er lächelt noch dazu. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Schon seit einem Vierteljahr ist er täglich Kaviar. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Man spricht bereits davon, er sitzt nur beim Telefon und sagt keinen anderen Ton als Muschi, Puschi, du, du, du. Und er reimt und komponiert, bis die Wirtin explodiert. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Zur Verschönerung der Figur macht er eine Hungerkur. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Er kauft Rosen auf Kredit und hat niemals Appetit. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Er näselt wie ein Grab, ist geduldig wie ein Schaf. Und er flötet noch im Schlaf, ist ein Muschi, Puschi, du, du, du. Und er trägt den feinsten Dress von der Stange bei SS. Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Was tut der Mensch nicht aus Liebe? Jümüz nicht aus Liebe? Wollt ihr die Hoffnung? J thứ nicht aus Liebe?